Also das ist auf jeden Fall die verrückteste Geschichte dieser Woche. Berlins regierende Bürgermeisterin von der SPD, Franziska Giffey, glaubt, dass sie einen Call hat mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Und nach ein paar Minuten in diesem Call merken sie, irgendwas stimmt da nicht. Das ist gar nicht der echte Vitali Klitschko. Und sie haben recht. Es ist ein Deepfake offenbar, also eine animierte Version von Klitschko, die da gesprochen hat. Gut gemachte Deepfakes sind schwer zu erkennen, vor allem in so einer Live-Situation. Wo man hätte aber auf jeden Fall stutzig werden können, ist die E-Mail-Adresse, von der die Anfrage kam. meyer.kiew.ukr.net, das ist so ein bisschen wie das ukrainische Web.de. Natürlich hat eine offizielle Behörde auch eine offizielle E-Mail-Adresse.